Gedanken verloren oder auch geistesabwesend. Wenn wir unseren Gedanken verlieren sind wir also gar nicht richtig da. Unser Geist ist unterwegs, irgendwo in den unendlichen Weiten unseres Gedankenpalasts. Ein voller Kopf lässt uns nicht mehr klar sehen und weil wir nicht klar sehen verlieren wir den Weg zu unseren Zielen und Träumen aus den Augen. Es fällt uns schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Wir sind gelähmt, bleiben im Flur der Möglichkeiten stehen und verpassen die Geheimnisse eines Raumes. Doch welche Räume könnten wir betreten, wenn wir unser Chaos endlich aufräumen lernen? Wie wir unsere Gedanken organisieren und sortieren entscheidet darüber welches Leben wir führen werden. Wir werden geradezu mit Informationen und Möglichkeiten bombardiert und das ist natürlich kein leichtes da irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren und den Überblick zu behalten. Mentale Klarheit ist dabei keine Sache des Zufalls. Zumindest sollten wir es zu keiner werden lassen. Ich bin ehrlich mit euch, ich verliere mich ziemlich oft in meinen Gedanken und frage mich dann, oh Gott, wohin mit all dem ganzen Kram, was da oben drin ist. Und das langsam zu enttütteln, da habe ich über die letzten Jahre mehrere Strategien entwickelt und auch Tools entdeckt, die mir dabei helfen mentale Klarheit aktiv zu gewinnen. Wenn du dein Chaos im Kopf also auch ein bisschen aufräumen möchtest, dann lehn dich jetzt erstmal zurück, machst dir gemütlich, machst dir entspannt und wir schauen uns mal an, wie wir da ein bisschen Ordnung reinbringen. Der erste große Game Changer in meinem Leben, der hat so richtig gefruchtet, als es losging mit Corona, als die Welt sich also anfing langsamer zu drehen und ich habe mich gefragt, wohin jetzt mit all diesen Gedanken. Ich konnte mich nicht mehr ständig ablenken, 24-7 irgendwie arbeiten und mich beschäftigt halten, sondern auf einmal war ich da und Zeit war da. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Und genau da ist dann der wirklich erste wichtige Schritt entstanden, nämlich zu sagen, okay, das, was hier oben ist, kann nicht hier oben bleiben, sondern das muss ich auch mal irgendwie verschriftlichen. Zu Papier bringen, ich schreibe es auf. Gedanken aufschreiben. Gedanken aufzuschreiben, das heißt für mich, das, was hier oben im Kopf ist, irgendwie in die Welt zu bringen, zu manifestieren und damit auch gewissermaßen das, was hier ist, auch einfach wirklich mal zu entleeren. Ob Ideen, Wünsche, Vorstellungen, Gefühle, alles, was erstmal da ist, das schreibe ich auf. Und da gehe ich auch noch nicht zu selektiv vor. Im ersten Schritt geht es wirklich darum, es einfach wirklich aufzuschreiben. Und das heißt, manchmal, da habe ich einfach aus dem Nichts irgendwelche Geschäftsideen oder Ideen für Projektvorhaben und ich will die eigentlich direkt umsetzen und das geht natürlich nicht. Aber was ich erstmal machen kann, ist mir Gedanken zu machen und sie aufzuschreiben. Und in diesem Schritt, da ist es auch noch nicht wichtig, was danach mit diesen Gedanken und mit diesem Niedergeschriebenen passiert. Also nicht irgendwie direkt daran denken, oh, ist das jetzt schon für mein späteres Buch, was ich irgendwann mal schreiben will oder die Geschäftsidee ist überhaupt valide, kann man die überhaupt so umsetzen und dann schon an die Hürden zu denken, sondern wirklich erstmal aufschreiben, weil gerade diese Begeisterung, die du in dem Moment vielleicht für eine Idee empfindest, das ist es doch wert, auch sie aufzuschreiben. Und ich bin ehrlich, ich habe auch ganz viele Notizen in meinem Handy, da werden viele Dinge wahrscheinlich auch nie wieder irgendwie angerührt. Aber in dem Moment, da hat es sich gut angefühlt und das aufzuschreiben, für meinen Teil, ist es dann auch oft so, dass ich dann schon nochmal nachschaue, bei manchen Notizen und dann merke, wie cool ist das denn und nochmal einen Gedanken, den ich also damals hatte, wirklich aufgreifen kann. Oft denken wir, dass wir uns irgendwie schon daran erinnern werden, an das, was wichtig ist und dass wir so einen Gedanken da haben, aber wie oft schon einfach ein richtig guter Gedanke, den ich an einem Abend hatte oder ein gutes Zitat oder sowas, wie oft das schon auf einmal wieder weg war und nicht mehr abrufbar. Vielleicht irgendwo im Unterbewusstsein, irgendeiner Schublade, aber ich konnte es nicht mehr abrufen und deswegen aufschreiben. Der Einstieg ins Aufschreiben, der fällt auch nicht immer leicht, weil ich habe das auch ganz oft gehabt, dass ich dann gemerkt habe, oh, irgendwie bin ich jetzt nicht so zufrieden mit der Formulierung und dann versucht man nach der richtigen Formulierung zu suchen und so steht man sich ein bisschen selbst im Weg. Es geht wirklich darum, einfach es ungefiltert rauszulassen, was da oben im Kopf ist. Und selbst solche Sachen wie, sich überhaupt die Zeit zu nehmen, mal hinzusetzen, auch das kann schon eine Hürde sein. So dieses, fuck, ich muss ja jetzt noch zehn Minuten journalen. Lass dich hier nicht zu sehr einengen. Es ist ja etwas Schönes und etwas Wertvolles, dass du dich hinsetzt und Dinge aufschreiben möchtest. Was also helfen kann, ist vielleicht, wenn du sagst, okay, zusammenhängende Sätze sind vielleicht manchmal ein bisschen zu kompliziert oder du kommst dann zu viel ins Nachdenken, okay, wie stelle ich die jetzt gut in den Zusammenhang, wie verknüpfe ich die Sätze gut miteinander, sondern du schreibst dann zum Beispiel in Stichpunkten oder gliederst das irgendwie sinnvoll für dich, sodass es Sinn ergibt, ohne dass du dann ganze Sätze ausformulieren musst. Was mir auch immer richtig gut hilft, ist eine Frage zu stellen, eine Impulsfrage, wenn ich also anfange zu schreibe, ist zum Beispiel, was nehme ich gerade in mir wahr? Gefühle, Gedanken und das einfach alles mal aufzuschreiben. So eine sehr gute Frage, mit der es eigentlich immer losgeht und dann fängt alles an zu sprudeln. Beim Aufschreiben, da kann auch die sogenannte Braindumping-Methode helfen. Also das Gehirn einmal zu entleeren. Dennis, gibt es überhaupt noch was zum Entleeren? Entleeren heißt also loslassen und drei hilfreiche Formulierungen hier sind zum Beispiel. Ich wünsche mir das. Mich beschäftigt das. Ich denke viel darüber nach. Das. Zweitens, Mindmapping. Manchmal habe ich mehrere Gedanken und Ideen, die noch etwas lose zusammenhängen, die ich vielleicht noch nicht in Sätze bringen kann, aber die ich gerne miteinander verbinden möchte. Und was sich hier anbietet, ist Mindmapping. Mindmapping, das ist natürlich etwas, damit sind wir alle schon mal irgendwie in Berührung gekommen. Aber was heißt das eigentlich genau? Ich kenne natürlich das Konzept Mindmap schon aus der Schule und von irgendwelchen Seminaren oder Workshops, aber das zu Hause wirklich mal zu praktizieren, das habe ich irgendwie lange nicht gemacht. Das ist eine richtig gute Technik, um Gedanken und Ideen in einem Netzwerk mal zu visualisieren, um wirklich Zusammenhänge und Verbindungen zu schaffen. Weil das eine richtig gute Sache ist, Gedanken mal vernetzt betrachten zu können, habe ich mir tatsächlich auch mal direkt ein Whiteboard zugelegt. Und ja, darauf visualisiere ich jetzt verschiedene Sachen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel etwas aufgeschrieben, was mich eigentlich auszeichnet und mal ein bisschen gemeint mappt. Und da habe ich gemerkt, dass das Thema Freundschaft für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Das steht hier sogar für sich, dass Erfinder und Entdeckergeist große Themen für mich sind. Und daraus dann auch Schlüsse gezogen und mir weiterhin oder weiterführend Gedanken machen können. Und deswegen ist so eine Mindmap natürlich eine mega, mega schöne Sache. Und ja, das Whiteboard würde ich jetzt öfter noch benutzen können, um einfach mal drauf loszuskribbeln und mir meine Gedanken wirklich in einem Netzwerk visualisieren zu können. Drittens, Konversationen. Ich sage es euch, wie es ist, der für mich schönste Weg, meine Gedanken zu sortieren, ist im Gespräch mit Freunden. Menschen zu haben, deren Einschätzung zu einem Thema mir wichtig ist und deren Einschätzung ich auch vertrauen kann, das ist super wertvoll und dafür bin ich wirklich dankbar. Dabei hole ich mir von meinem besten Homie vielleicht Feedback zu einer Frau, die ich gerade treffe, weil er mich aus den vorherigen Beziehungen vielleicht am besten kennt. Auf meinen Dad gehe ich zum Beispiel sehr gerne zu, wenn es auch um berufliche oder finanzielle Fragen geht, einfach weil er da nicht nur Kompetenz mitbringt, sondern auch eine unheimliche Gelassenheit. Und diese Gelassenheit, die bewundere ich auch echt an ihm und finde ich auch immer wieder faszinierend. Jetzt gerade ist er zum Beispiel auf Jobsuche gewesen und da habe ich ihn gefragt, ja Papa, wie kannst du eigentlich so gelassen bleiben auf der einen Seite und aber auch überhaupt so viel Mut fassen, jetzt noch im höheren Alter nochmal einen kompletten Jobwechsel hinzulegen. Wie machst du denn das? Und er antwortet halt nur ganz trocken, wie er immer antwortet, was soll denn schon passieren? Um diesen Perspektivwechsel, um den geht es mir im Alltag und ich glaube, die Perspektive kann ich am besten wechseln, wenn ich einfach im Austausch bin mit den Menschen, die mir am wichtigsten sind. In der Vergangenheit, da habe ich meine Gedanken immer schon sehr roh, ganz schnell mit Freunden geteilt, um mir Feedback zu holen, weil es natürlich auch einfacher ist, einfach Feedback von außen zu bekommen. Was ich jetzt aber gemerkt habe ist, dass ich mir selber dann noch gar keine Zeit genommen habe, um überhaupt einen Standpunkt zu kreieren oder mir wirklich einen Standpunkt zu überlegen, wo und wie stehe ich eigentlich zu diesem Thema. Und dementsprechend habe ich mich in der Vergangenheit oft dann etwas leichter beeinflussen lassen und war dann eigentlich so, okay, na gut, stimmt, hat sie recht. Und bin dann relativ schnell von meinem Standpunkt, den ich ja auch nicht wirklich hatte, wieder abgerückt. Und jetzt ist es so, dass ich mir vielmehr erstmal auch selbst die Zeit nehme, meine Gedanken zu sortieren, einzuordnen und ich sag mal, nicht in der hundertprozentigen Raw-Version schon zu kommunizieren. Gerade bei Themen, die wichtig sind, wo es auch um Entscheidungen geht, vielleicht auch beruflicher Natur oder Beziehungen, dass man sich wirklich selbst erstmal bewusst wird, okay, wie stehe ich eigentlich zu diesem Thema. Viertens, schenke deiner Umgebung Beachtung. Wie klar deine Gedanken sind, hängt auch massiv davon ab, in welcher Arbeitsumgebung du dich befindest. Wenn ich an einem Tisch sitze und da ist Stuff everywhere, dann denke ich mir natürlich, okay, das sind alle, hier ist eine unerledigte Aufgabe, da ist eine unerledigte Aufgabe. Das kommt mir dann natürlich gelegen, wenn ich gerade an einer Aufgabe bin, wo sehr viel gedankliche Arbeit erforderlich ist und zack, hänge ich auf einmal Wäsche ab. Das ist genau das, was jetzt sein muss, das geht nicht anders. Was ich sagen will ist, sobald meine Umgebung unruhig ist, bin ich es auch. Erst in einer aufgeräumten Umgebung mit möglichst wenig Ablenkung kann ich mich auch wirklich den Themen widmen, die mir wichtig sind. Doch selbst wenn die Umgebung passt und alles top eingerichtet ist, merke ich doch, wie die Umgebung selbst schon mir Schranken setzt. Und zwar einfach die Gedanken oder der Raum, in dem ich mich bewege gedanklich, der ist ein anderer, als wenn ich einfach mal die Räume wechsle. Was ich damit meine ist, auch einfach mal rausgehen in die Natur. Einfach mal die Gedanken schweifen lassen und Gedanken auch aus einer anderen Perspektive betrachten zu können, das gelingt mir vor allem, indem ich auch Räume wechsle. Schau dich wirklich mal um in der Umgebung, in der du dich gerade befindest. Und schau, ist sie wirklich darauf ausgelegt, dass sie deine Ziele unterstützt. Ich glaube, wir unterschätzen wirklich den Einfluss, den unsere Umgebung auf uns und unsere Entscheidungen hat. Und zwar unmittelbar. Wenn wir beispielsweise im Bett liegen und wir aber einen direkten Fernseher vor uns am Bett haben, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, nach dem Buch zu greifen. Als ich jetzt in die WG gezogen bin, wollte ich eigentlich auch meinen Fernseher an der Wand installieren. Ich könnte jetzt sagen, weil es eine bewusste Entscheidung war, aber vielleicht war ich auch einfach zu lazy. Und weil der Fernseher eben nicht an der Wand hängt, komme ich abends viel ärmer dazu, ein Buch zu lesen. Gestalte deine Umgebung also so, dass die Umgebung selbst bereits die Entscheidung für dich trifft. Mentale Klarheit, das ist ein Zustand des Geistes, in dem wir fokussiert, präsent und konzentriert sind. Es ist ein Zustand, in dem wir kontrollieren können, wie wir auf unsere Gedanken und Gefühle reagieren. Und genau das ermöglicht uns, die richtigen Entscheidungen auf unserem Lebensweg zu treffen. Wenn dir das nicht immer gelingt, sei nicht so streng mit dir. Sei aber stolz auf dich, wenn du merkst, dass ein Zustand eintritt, in dem du konzentriert und fokussiert sein kannst und genieß es. Auf diesem Kanal wird es auf jeden Fall noch viele weitere Videos zu genau diesem Thema hier geben. Und ich bin selber noch auf der Entdeckungsreise. Und wenn du Teil dieser Reise sein möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Dann verpassen wir uns auch im nächsten Video nicht und ich freue mich sehr darauf, dich da wiederzusehen. Bis dahin, dein Dennis. . . Untertitelung. BR 2018